Jetzt, mach's, komm! Wie los? Ja! Wahnsinn! Wir sind was zusammen. Heute gibt es der Gamescom Mark II. Gestern schon ein schöner Wolken. Ähm, ja. Nein. Anbieter hier. Ja, ähm. Unsere, Zeit ja noch. Channel Domi Rampi. 17. Ist heute dabei. Was wir heute noch machen. Wie war das? Gestern haben wir ein bisschen was angespielt. Und zwar... BWD 15. Genau. Okay. Grafisch. Geil. Raveplay. Naja, ich sag mal so, für Anfänger, nicht wirklich der Eiker. Ähm, wir haben das mit Profis. Das wurde schon länger spielen. Und... Sonst müssen wir sagen, ich habe eine 2-0-Serie hingelegt. Obwohl ich das mit niemals spiele. Aber wir haben es einfach mal so in die Krise. Wie ist es bei dir gelaufen mit unserem schönen... Bobby, äh... Bobby, Dani sag ich schon. Heiker. Entschuldige. Ja. Eigentlich wurde er gesiegt. Dann habe ich den Finisher gemacht. Dann kam der Mann von Tukai und hat gesagt, ich muss mit innen. Weil die andere... Ah, okay. 2-0-Serie. Hast du auch mindestens deinen Finisher hingespielt? Ja, und dann hat er gesagt, das Spiel. Oh, schade. Okay, nein. Tukai habe ich angespielt auf jeden Fall. Wir wollten Assassin's Creed Unity anspielen. Ähm... Ja. Schöne und große Schandraten. Singleplayer. Ja. Was kam? Ein wenig. Also irgendwo... Ähm... Ja, nicht wirklich verständlich. Ja. Heute werden wir mal ein bisschen gucken. Eventuell in Part of Duty mal. Ein bisschen reingucken. Ich selber bin Blizzard-Spieler. Ich bin wieder einer bei Blizzard mit Starcraft, Heroes, Heartstone und World of Warcraft. Bin ich wieder vertreten. Ich selber. Gestern haben wir ein geiles Spiel zwischen Stefano und... Muss ich selber überlegen, wie dieser... Äh... Nein. Stefano war der Franzose. Der andere war Ukrainer. Ich glaube, das war... Marai Maria und sowas. Ich weiß es nicht. Entschuldigt mich. Entschuldigt mich, dass ich nicht weiß. Zwei einer der besten, äh, zwei besten Spieler. Der eine um die 25, der andere um die 40. Ähm... Stefano. Der Franzose. Lockerleicht. 2-0 abserviert. Aber ein Hammer-Match. Hat leider keine Videos machen können. Aber... Dafür haben wir gestern als special Gast gehabt. Wo wir leider nicht selber direkt ran durften. Aber... Toll sehen. Wen hatten wir? Alberti. Genau. Direkt haben wir nicht geredet. Ja, leider. Ja, nicht geredet. Ich bin leider zu spät gekommen, weil ich leider verprennt auch ein bisschen. Äh... Weil ich bei Blizzard hängen geblieben bin. Er hat ein kleines Autogramm gekriegt dafür von Alberto ein Foto. Alberto und Simon Best. Ein Foto auch noch bekommen. Dieses Foto seht ihr dann in dem Video. Wollt ihr in die Kamera reinlaufen? Wir müssen noch... Hahahaha. Hahahaha. Oder Bilder haben wir dann nachher gezeigt. So. Heute Tag 2. Wir legen jetzt los. Und jetzt wünschen euch auf jeden Fall mal viel Spaß. Also... Wir werden uns auf jeden Fall mal trennen. Überall haben wir schon. Und... Machen wir mal ein bisschen drüber hier. Und dann mal gucken. Wie das Ganze läuft. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich hoffe, dass wir jetzt kommen müssen. Also... Auf rein! Auf rein!